Hallo, mein Name ist Dirk Schulte von Autotechnik Schulte hier in Möschede im schönen Sauerland. Wir sind seit 2012 selbstständig, reparieren alle Marken, Wohnmobile, kleine Transporter und überwiegend PKWs. Bei uns in der Werkstatt haben wir neun Tore. Dahinter befinden sich neun Hebebühnen, darunter eine Dialogannahmebühne, eine Bühne für Wohnmobile, zwei für Transporter, wo wir auch PKWs mit hochheben können. Wir haben täglich die Dekra im Haus, um Hauptuntersuchungen zu machen an PKW, Wohnmobilen, Anhängern, halt alles was ne TÜV-Plakette braucht oder ne Hauptuntersuchungsplakette braucht. Wir sind summa summarum 19 Mitarbeiter, wir reparieren Getriebe, wir reparieren Motoren, wir führen die Wartung nach Herstellervorgaben durch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017